Die Garni ist entweder hier bei den Häusern oder ist zu nahe dran, dann wird sie in den Schützenfelden sein. Oh Gott, was machen die denn? Oh, da sind welche hier drüben, ne? Jo, jo, ich seh's. Beim Truck. Ah! Noch einer. Zwei hab ich. Boah, das FG ist ja echt schwer. Oh, mir geht's vor Ort. Okay. Ja, das ist ein fieses Ding. Vorne ist weg. Sehr gut. Oh, ich hab den, der dich gekillt hat. Ja, schon. Ah ja, hier ist die Garni, ne? Hier auch. Boah. Ja, ist ja klar, das ist der nächste Garni. Nächster Punkt. Jo. Ja, aber wir machen hinten auch. Jo, jo. Hier ist einer hinter, Vorsicht. Die Garni hast du? Ne, ne, ne. Spawn da gerade alle. Die cappen schon den letzten Punkt, ey. Ärgerlich. Jetzt wissen sie, wo du bist. Jo. Zwei Stück oder einer schießt? Ich glaub zwei. Ich weiß nicht genau, wo ist irgendwo hier? Ah, den hab ich, aber ich bin auch tot. Shit. Ah, mein Höchstensinn-Fälscher. Shit. Er kommt zu dir? Hab ihn, hab ihn. Jo. Ja, hab ich gehört. Ja, haben sie tot hinter der großen Hütte noch im Spawn. Ich guck mal. Ne, wird so sein. Ach, du bist ja schon dort. Du bist aber flott. Jo, jo. Pass auf, wenn die einen Spawn haben. Nee, ist frei. Oh, super. Durch auf mein Marker, das könnte auch vielleicht die nächste Garni wieder sein. Beide? Kann ich nicht treffen. Ja. Oh, wir halten hier hinten gut auf, ey. Hinter uns, hinter uns. Shit. Von 230 wahrscheinlich. Ja. Ah, die pushen auch verdammt. Jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten, die Wichser. Boah. Ich glaube, das ist ein Panzer, der auf mich geschossen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob der Panzer auf mich geschossen hat, aber auch ein normaler. Okay, die haben hier einen Spawn. Hier ploppen sie auf. Okay. In dem Graben. Die rauchen sich da rein in dem Graben. Der hat's geschafft, Gottverdamm. Der hat's geschafft. Du weißt ja, dein Glück ist mit den Doven. Jo. Komm, ich geh mal vor. Hier ist ne Mine. Wie gesagt, die kommen hier die ganze Zeit aus dem Graben. Ich halte sie schon die ganze Zeit auf. Hier in dem Ding? Ja. Gabi. Oh, wir halten schon in mir drauf. Der Graben kommt, glaube ich. Nein, bitte nicht. Oh, Archie. Scheiße. Ja. Scheiße. Voll der Mist, Alter. Ich glaube, die suchen jetzt unseren OP, diese Säcke. Ja, ja. Ich geh weiter weg und wir gehen wieder zurück. Wieder sozusagen Backup-Garney suchen. Wee. Jojo. Ich halte's auf. Jetzt hier hinten in der Hütte einen neuen Spawn. Ich halte's auf. Ich halte's auf. Ich halte's auf. Kommt. Ah, die Cap'n schon wieder. Boah. Das Ding ist pervers, ey. Aber vielleicht nicht schlecht bei mir bleiben. Nicht, dass ich ihn in den neuen Garni setze. Jo. Jo. Hier sind's nicht mal. Na, ich versuch mal. Dann werden die jetzt eine Garni haben dort, wo wir am Anfang waren, der Runde. Die kommen... Laufen alle hier. Das könnte sein. Eben, 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 Eben. Ja. Ja, kann wohl sein, dass die da eine Garni haben. Also, du kannst hier schön aufs Haus klettern. Oh, ja. Ich geh erst mal zu der anderen Garni. Jo. Boah. Ich geh mal mit Shifty zu der Garni. Ja. Ich versuch dich zu decken. Ja, alles gut. Da liegt dann noch einer. Ja, da vorne laufen sie auch, ja. Ah ja, da liegt einer, ja. Schieße jetzt mit Artie drauf. Ich hab mal Bescheid gesagt. Sehr gut. Ja, wir können sonst mal auf die Artie gehen, von denen. Aber hier hinten sind wir, glaub ich, besser aufgehoben, wenn wir die Backup-Garns wegmachen. Jo. Boah, nicht. Meine Herren, spawnen und spawnen. Die gut steht. So, Artie kommt. Oh, ja. Bin dran, bin dran. Sehr gut, sehr gut. Ich komme, ich komme. Ich bin falsch, ja. Ich komme, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich habe ihn erwischt. Sehr schön. Ich habe ihn erwischt. Huuu. Sehr geil. Ah, da kommt ein Truck, da kommt ein Truck. Kommst du? Ja, ich komme. Rausgeschossen. Sehr schön. Baust du ab? Jo. Sehr schön. Aber ein normaler Truck, kein Suplice. Suplice weg. Ist ja lächerlich, Alter. Ist ein normaler Truck, aber ich... Ich habe ihn rausgeschossen. Durch die Wälder. Äh, durch die Bäume durch. Die haben wir gar nicht. Die spawnen dort und hier auch. Ich seh's, ich seh's. Ich wäre Frau. Ah ne, da kannst du nichts machen, ne? Ja, kannst du trotzdem ruhig. Sag, wir kommen ran. Ja, ich wäre Frau. Ja. Ja, mach raus, mach raus. Ein bisschen Reise streuen. Ich hab zwei raus, warte. Oh, die haben hier wieder einen OP. OP ist weg von denen. Also, falls ich überlebe, gibt's gleich einen neuen Super. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich gerade reingehe, dann BAM. Headshot. Der Klassiker. Ja, oder? Na, ist da. Ah, ist das schön. Noch ein OP? Alter, was machst du denn alleine, ey? Ist hier ein LKW? Oh ne, ist ein Panzer. Hier ist die Ghani. Ich seh die Ghani auf meinem Ping. Jo, maquiert. Wenn du capst, ist ja schon ein Panzerleine. Äh, jetzt schießen sie auch von allen Seiten. Jetzt schießen sie. Oh, das ist hier noch gut. Jo. Oh, endlich! Jawoll! Ey, ich will meine Kill 10. Was zum Teufel? Oh, egal. Fuck!